Hallo euer Weiküller mit der Rechthartverkollung auf dem rösten Kanal und zurück zu Five Night at Dipsy's Reconed Farbter und ganz herzlichen Dank an unseren Stützer, ohne das hier gar nicht machbar zu realisieren wäre. Vielen lieben Dank dafür. So, ich hab mal die Bowser gemacht. Ah, ja, ja. Ah, lalala. Ich hoffe, ich geht's allen gut. Seid gut drauf. Jo. Er kommt schon, oder? Er... Ja, jetzt ist er aber hier very fast, eh. Very fast. Too fast for me. Er ist ja schon unterwegs. Er ist ja schon hier, ne. Er, er ist ja schon hier. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen hier, eh. Gut sein. Oh scheiße. Er steht hier. Nee. Er ist weg. What? Hello? Oh scheiße. Hä? Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Langsam aber sicher kommt er. Er muss ja auch richtig aufpassen hier, ne. Das hast du denn nicht verpasst. Er ist ja noch hier. Tschüss. 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 Oh, der kleine, die blöde, Box hier muss ja auch noch, auf, aufpowern, ja. Hä? Oh, he is coming. Hey, du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. 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 Ich bin bei den. Ja. Ist halt ein bisschen einseitiges Spielchen, ne. Wenn nur einer kommt. Weil der grüne könnte auch mal kommen. Oder noch ein anderer. Aber es ist ja nur er hier, ne. Oh, schau. Er ist aber noch up and away hier. Ich würd schon mal ein bisschen rum hier. Ja, da aufpassen. Hier ist er nicht mehr. Hier sieht man ja auch nicht, ne. Er ist wieder hier. Tür. Tür. Immer Tür aufpassen. Wir haben ja schon wieder 3 Uhr, Leute. Wir haben 3 Uhr. Gucken hier, wann er wieder herkommt. Oh nein, er ist weg. Ja, ja, easy, oder? Easy. Ich glaub mal die Nacht 2 kriegen wir noch hier unbeschadet um, oder? Rum. Obwohl, wir sind ja schon in Nacht 1 einmal einen Löffel abgegeben, ne. Von dem her. Ist ja nicht unbedingt gesagt, ne. Ist ja nicht unbedingt gesagt. Dass das alles glatt läuft. Man weiß es ja nicht, ne. Na ja, aufpassen hier. Ne, es kommt keiner. Auch kein anderer. Schade eigentlich. Ich hätt mir jetzt gewünscht, dass in Nacht 2 dann zumindest mal noch ein anderer kommt. Wär ja cool gewesen, oder? Ne, jetzt kommt keiner. Wär ja cool gewesen. Ne, jetzt kommt keiner. Immer noch das VRM. Ah, ja, das wurde er hier. Aufgemacht, ey. Ein Kopfloser. Ja. Ja, ich auch. Tue mich auch. Tue mich auch. Nein. Wollte mal zum Essen einladen. Oh, ne. Nein. Ach, war da weg? 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 Ja. He's coming. Schnell mal die Tür zu machen, hier, ne. Kann mir jetzt auch klappen beim Nachbar, nochmal. Ja, hau doch jetzt ab. Alright. Alrighty. Jo, im Moment ist es noch easy, ne? Die ersten zwei Nächte, du kannst sagen, jo. Ganz geschmeidig aus der Hüfte hier raus. Wo schatz? Äh, hallo? Also die ersten zwei Nächte gehen geschmeidig aus der Hüfte. Ohne Probleme. No problem. Er kommt doch nicht mehr. Er ist frott. Er ist weg. Wo ist er hin? Ah, da ist er. Schau dir zu machen. Rady, Rady. Yummy, yummy, yummy. Ja, es könnte jetzt aber auch mal 6 Uhr werden, ne? Könnte es aber werden, ne? Er schmeckt. Alright. Strike. BOOM, tschickalaka. Raid. Night to survive. Wie man so schön sagt, ne? Ja, Freunde. Das war die Nacht 2 von Five Nights at Deep Seas Recoded. Nacht 3 wird es ja einem weiteren Part geben. Wir sagen mal, bedanken uns bei euch fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch einschalten würdet, auf unseren Rosti-Kanal. Bitte bewerben, das Video schrauben, was ihr die Komponenten hat. Aktiviert den Glocke und das Kanal. Aber auch ein Köpfchen drücken. Press that button to subscribe. Ansonsten genießt ihr Leben, passt auf euch auf. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Wir sagen's für ein Video und vielen Dank, den großen Rosti. Thank you, goodbye, stay healthy, my friends.